Willkommen! Wir werden uns hier anschauen, welche Bedeutung die mathematischen Operatoren in Aufgabenstellung haben. Und das ist natürlich in erster Reihe wichtig, vor allem für die Abiturprüfung, aber auch für alle anderen Klausuren in der Oberstufe. Und nun mal so am Rande, diese Operatoren gelten nicht nur für ein Bundesland, sondern für alle Bundesländer im Zusammenhang mit Abschlussprüfungen der Mathematik. Und damit ihr wisst, was euch hier an dieser Stelle erwartet, jeder Operator wird erklärt und dann anhand einer kurzen Beispielaufgabe verdeutlicht. Fangen wir mit dem ersten an, und zwar angeben oder geben sie an. Alternativ, in mancher Aufgabenstellung können auch Formulierungen auftauchen wie nennen oder darstellen. Das hängt immer so ein bisschen von Sachzusammenhang. Und die Erklärung für diesen Operator wäre, dass kein Ansatz notwendig ist, keine Begründung und kein Lösungsweg. Ein Beispiel dazu aus der Vektorgeometrie. Gegeben sind die Geraden G und H. Geben sie die Koordinaten des Schnittpunkts an. Schon anhand der Aufgabenstellung solltet ihr erkennen, dass nichts zu berechnen hier ist. Das heißt, ihr guckt die Geradengleichung genauer an und solltet erkennen, dass die Stützvektoren identisch sind. Das bedeutet, dass das natürlich auch gleichzeitig der Schnittpunkt ist. Also nur den Schnittpunkt hinschreiben, 2, minus 2 und 2 und damit wäre die Sache erledigt. Unser nächster Operator heißt beschreiben und hier gibt es auch keine alternative Formulierungen. Eine kurze Erklärung dazu. Es wird von euch eine sprachliche bzw. fahrsprachliche Formulierung erwartet. Ihr könnt euch auch ein bisschen helfen mit einer Planskizze. Allerdings braucht ihr für das, was ihr schreibt, keine Begründung. Ein kurzes Beispiel. Beschreibe ein Verfahren, wie man einen Punkt an einer Ebene spiegeln kann. Das bedeutet, ihr könnt gerne eine Planskizze anfertigen mit einem Punkt und einer Ebene, die voraussichtlich gegeben sind. Und dann beschreiben, wie man diesen Punkt an dieser Ebene spiegeln kann. Unser nächster Operator ist Begründen. Alternativ könnt ihr auch Formulierungen wie Nachweisen oder Zeigen in der Aufgabenstellung finden. Eine kurze Erklärung dazu. Man muss aus einem bestimmten Sachverhalt Rückschlüsse ziehen bzw. es argumentieren. Kleines Beispiel. Gegeben ist eine Funktion f und in ihrem Definitionsbereich begründen sie, dass die Funktion f umkehrbar ist. Okay, die Umkehrbarkeit kann man mit Hilfe von Monotonie, von strenger Monotonie nachweisen. Das heißt, ich würde die erste Ableitung bilden, erkennen, dass sie stets positiv ist auf diesem Definitionsbereich. Und weil die Ableitung immer positiv ist, ist die Funktion f in diesem Definitionsbereich streng monoton und damit umkehrbar. Um genauer zu sein, werde sie hier streng monoton wachsend. Unser nächster Operator heißt Beurteilen. Also, in diesem Zusammenhang musst ihr eine Aussage entweder bestätigen oder widerlegen mit Hilfe einer Begründung. Zum Beispiel. Beurteilen Sie folgende Aussage. Die Gerade G schneidet die Ebene E orthogonal. Die Antwort wäre, die Aussage ist wahr, weil der Richtungsvektor der Gerade G und der normalen Vektor der Ebene E vielfacher voneinander sind. Also, checken wir nochmal ganz kurz. Richtungsvektor der Geraden ist dieser hier, 1, 2, 3. Normaler Vektor der Ebene ist dieser hier, 2, 4, 6. Die sind tatsächlich vielfacher und deshalb ist die Aussage wahr. Nur mal so am Rande, statt vielfacher könnte man auch kolinear oder linear abhängig sagen. Als nächstes berechnen. Da ist eigentlich ziemlich klar, was das Ganze sein sollte. Also trotzdem eine Erklärung. Es ist ein mathematischer Ansatz notwendig. Gefolgt von nachvollziehbarer rechnerischer Lösungsweg. Kurzes Beispiel. Abgebildet ist der Kraft der Funktion F. Berechnen Sie den Inhalt der markierten Fläche. Na gut. Also, wir brauchen einen Ansatz und nachvollziehbarer rechnerischer Lösungsweg. Das sieht dann wie folgt aus. Hier vorne, durch das Integral, habt ihr euren Ansatz. Und das hier hinten, natürlich, ist der rechnerische Lösungsweg. Unser nächster Operator heißt bestimmen und alternativ könnte in der Aufgabenstellung auch ermitteln oder untersuchen stehen. Eine kurze Erklärung. Die Art des Vorgehens ist hier frei wählbar. Ihr könnt das Ganze wieder grafisch ohne rechnerisch bestimmen. Hauptsache, der Lösungsweg ist nachvollziehbar. Hier werde ich zwei Beispiele nehmen und kurz erklären. Also, Beispiel 1 wäre, die Ebene E enthält die Punkte A, B und C, die theoretisch hier an dieser Stelle vorgegeben werden. Bestimmen Sie eine Gleichung von E in Koordinatenform. Also, was müsste man hier machen? Man hat eigentlich nicht wirklich eine Wahl, außer einen rechnerischen Lösungsweg zu nehmen. Und zuerst eine Ebene in Parameterform aufstellen und sie dann in eine Koordinatenform umzuformen. Bei unserem zweiten Beispiel hätten wir theoretisch vielleicht Auswahl. Da steht ja, untersuchen Sie die Funktion f auf Extrempunkte und Wendepunkte. Angenommen, die Funktion f wäre eine trigonometrische Funktion, zum Beispiel eine Sinus- oder eine Kosinusfunktion. Die kann man ganz genau zeichnen, wenn die Funktion es erlaubt. Das könnte dann auch die Funktion grafisch darstellen und in einem bestimmten Bereich aus diesen Graphen die Extrempunkte und die Wendepunkte ermitteln. Aber natürlich könntet ihr diese auch rechnerisch bestimmen. Als nächstes skizzieren. Natürlich macht dieser Operator nur Sinn im Zusammenhang mit Koordinatensystemen. Da geht es darum, diese zu beschriften und richtig zu skalieren. Und nur die charakteristischen Eigenschaften in dieser Skizze einzutragen. Das heißt, wenn die Aufgabenstellung beispielsweise so lauten würde, skizzieren Sie das Schaubild einer Funktion f. Wäre es nur wichtig, dass die Schnittpunkte mit den Achsen stimmen, zum Beispiel die Extrempunkte noch und natürlich das Verhalten im Ländlichen. Vor allem wichtig, wenn es sich jetzt um eine exponentielle oder gebrochenrationale Funktion handelt. Außerdem gibt es noch Zeichnen oder Grafisch Darstellen. Das ist teils eine mühsame Geschichte. Es verlangt eine möglichst genaue Darstellung, meistens mit Hilfe der Wertetabelle. Ihr habt sowieso einen Taschenrechner in diesem Zusammenhang zur Verfügung. Beispiel, zeichnen Sie das Schaubild einer Funktion f. Das bedeutet, neben dieser wichtigsten Eigenschaften, die wir schon bei Skizzieren erwähnt haben, ist es hier notwendig, dass ihr alle Punkte in einem gegebenen Intervall, also es ist immer ein Intervall gegeben, den ihr zeichnen müsst, aus der Wertetabelle genauer eintragen tut. Und umso kleiner der Bereich ist, umso genauer müsst ihr praktisch dann zeichnen mit Hilfe der Wertetabelle. Was ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, auch wenn es nicht direkt ein Operator ist, ist diese Formulierung hier. Exakte Werte berechnen. Das heißt, übersetzt ein mathematisch exakter Ausdruck ist als Ergebnis verlangt. Und deshalb schauen wir uns ein bisschen genauer an, was damit gemeint ist. Also Beispiele, links steht ein exakter Ausdruck, rechts wäre das nicht exakte Ausdruck. Zum Beispiel ein Bruch. Wenn ich ein Drittel so schreibe, dann ist es ein exakter Ausdruck. Wenn ich es als 0,3 Periode 3 schreibe, dann ist es nicht mehr. Dann Ausdrücke, Nappenkeit von Pi. Zum Glück, die meisten Taschenrechner können sowieso Nappenkeit von Pi rechnen, von daher ist es kein Problem, so etwas hinzuschreiben. Das hier wäre der gerundete Wert, dann ist es nicht mehr exakt. Und Werte in Abhängigkeit von Ln. Aufpassen, da kann der Taschenrechner nicht mitmachen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Lösungen einer Gleichung als Ln2 habt, dann lässt ihr es auch exakt so stehen. Das wäre jetzt hier der gerundete Wert, das wäre nicht mehr exakt. Mit dem Operator sind wir jetzt durch. Allerdings habe ich an dieser Stelle noch ein paar kurze Hinweise, und zwar in Zusammenhang mit einer saubere und nachvollziehbaren Dokumentation und was hier an dieser Stelle von euch erwartet wird. Mein erster Ratschlag wäre, beschreibe einfach Schritt für Schritt, was du machst und stelle die Ergebnisse in einer klaren und geordneten Weise dar. Zweitens, verwende angemessene Worte und Sätze, um die verständlich auszudrücken, insbesondere korrekte Fachsprache. Drittens, erkläre, was neue Begriffe bedeuten, die eventuell eingeführt wurden. Damit meine ich, unter Stress meint man dazu, manchmal kreativ zu werden. Wenn ihr den Eindruck habt, dass diese Begriffe, die ihr einführt, nicht eindeutig sind, erklärt es ein bisschen ausführlicher, dann kommt es nicht zu Missverständnissen beim Korrigieren. Und ein letzter Hinweis, keine Angaben über Tastenfolgen von Taschenrechner-Eingaben notwendig. Damit ist gemeint, zum Beispiel im Rahmen der Binomialverteilung Stochastik. Es ist nicht notwendig hinzuschreiben, ob ihr jetzt Binomial-CDF oder PDF oder kumulierte Binomialverteilung in Taschenrechner eingetippt habt. Wichtig ist nur ein Ansatz und das Ergebnis. Das war's. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ihr kriegt das schon gebacken. Und wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas zu schnell ging, fragt ruhig. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.